Hallo, liebe Schwestern in Christus, ich grüße euch alle im Namen Jesus Christus. Wir sind hier in Bonn, in der Innenstadt, auf der Poststraft, gegenüber dem Karstadt, stehen hier, zum Ehre unseren Gott verteilen, verpleierst ein paar Bibeln und verkünden das Wort. Wir sind als Botschafter unterwegs an fast jeden Samstag zwischen 10 und 15 Uhr in Bonn und freuen uns über jeden Passanten, der Interesse hat, der ein Ohr hat für das Wort Gottes und laden euch herzlich ein. Wir haben eine Internetseite auf uns, wo man sich alles angucken kann. Zurück zum wort.org, da sind Videos, da sind Termine zu verschiedenen Veranstaltungen, da kann man sich alles angucken und ihr seid immer eingeladen. Gott besiegt! Zличer, 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 Z recoller auf uns, wo man sich alles angucken kann. Zличer, 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 Zличer und werden immer eingeladen. Beppe mit ihm an ich mir immer, vor Gott heim ich in meinem Gero, vor Gott heim ich all dele. Vor Gott heim! Vor Gott heim! Schön, schön! Pasa! 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 Halleluja